Felix Fischer hier, erstmal die Nase vorne nach der Kurve 1, dann Uwe Ritscher. Die Nase vorne nach der Kurve 1, dann Uwe Ritscher. Die Nase vorne nach der Kurve 1, dann Uwe Ritscher. Die Nase vorne nach der Kurve 1, dann Uwe Ritscher. Die Nase vorne nach der Kurve 1, dann Uwe Ritscher. Die Nase vorne nach der Kurve 1, dann Uwe Ritscher. Das ist die 930, das dunkelrote Fahrzeug, Ford Cosford Remtechnik. Der Uwe Ritscher, BMW V8. Matthias Kehn, glaube ich, 2,2 Liter. Das ist die 930, das ist die 930, das ist die 930, das ist die 1030. Die Nase vorne nach der Kurve 2, dann Uwe Ritscher. Vielen Dank.